Meine Meinung zu NOSTA. Also, ganz kurz. NOSTA ist ein Protokoll, was so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, weil Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, dort 14 Bitcoin investiert hat. Und zwar nicht mit, oh, ich überlege jetzt drei Wochen, mache ich das und so, sondern eingeladen worden in eine WhatsApp-Gruppe, hey, yo, wie sieht's aus, unterstütze unser Projekt, yo, hier sind 14 Bitcoin, macht mal. So. 14 Bitcoin sind für den auch nichts, ne? Also der ist Multimilliardär, glaube ich. Oder auf jeden Fall hat er eine Milliarde. Irgendwo auf dem Level ist der, ja? Also Jack Dorsey, Rich. 14 Bitcoin, nix. So. Dann hat NOSTA relativ viel Aufmerksamkeit bekommen und das ist ein super interessanter Gedanke. Social Media zu dezentralisieren. Die Daten liegen eben nicht mehr auf einem zentralen Server wie bei Twitter, sondern jeder Nutzer kann, wenn er möchte, ein Relay betreiben, wo die Daten gespiegelt betrieben werden. So ein bisschen wie eine Bitcoin-Node. Und jeder Nutzer kann einfach einen Client betreiben, mit dem er aber selber als Identität auftritt. Und jetzt kommt der Clou. Normalerweise braucht ihr alles Passwort- und Anmeldegeschichte. Ja, eben sowas wie eine E-Mail-Adresse und ein Benutzerpasswort. Und damit das aber auch nicht auf einem zentralen Server verwaltet werden muss, macht man das wie? Ganz einfach, ja, mit Private Key und Public Keys. Genauso wie Bitcoin. Da müsst ihr euch einfach vorstellen, statt einer Bitcoin-Adresse hast du halt eine NOSTA-Adresse. Statt einem Bitcoin, den du verschickst, verschickst du eine Nachricht und signierst die mit deinem eigenen Schlüssel. Und jeder weiß, dieser Schlüssel bist du. Sofern man das beweisen kann. Jeder könnte jetzt sagen, hey, ich mache jetzt einen Schlüssel, ich bin der Blog-Trainer und ist das gar nicht. Achtung, viele Betrüger unterwegs. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Twitter wiederum sagen würde, hey, schaut mal, das ist meine NOSTA-Adresse, dann könnt ihr sicher sein, ja, okay, das kann nur der Blog-Trainer sein. So, und jetzt habe ich meinen eigenen Private Key und solange den mir keiner klaut, ist das meine Adresse. Alles schön und gut, mega Konzept und ich sage euch, das ist die Zukunft. Dahin wird sich Social Media irgendwann entwickeln. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Dafür muss aber das ganze Private-Public-Key-Verfahren viel massentauglicher sein, viel einfacher zu handeln. Das ist alles in den Kinderschuhen, absoluten Kinderschuhen. Das größte Problem hierbei ist, dass du zwar das Grundprotokoll so dezentral halten kannst, aber die Nutzung später verschiedenste zentrale Dienstleister braucht. Ganz einfaches Konzept mal als Idee. Wenn ihr jetzt dann auf NOSTA seid, wie füllt sich ein Interessensfeed für eure Interessen? Ja, ganz schwierig. Wie pusht ihr euch Informationen, die relevant sein können, die gerade auf der Welt abgehen? Ja, wonach wird das ausgemacht? Wer wertet das aus? Und irgendwen muss es geben, der das auswertet? Das kann man versuchen, lokal auszuführen. Das ist viel zu viel Aufwand. Auch das zu konfigurieren, kann man sich kaum vorstellen. Und deswegen habe ich mir jetzt gerade gedacht, wir machen mal wieder ein paar krasse Paint-Skits hier am Start. Stellen uns einfach mal das NOSTA-Netzwerk so vor. Wir haben hier unten unsere NOSTA-Nodes. Und diese NOSTA-Nodes, die kommunizieren... Oh, jetzt habe ich es rot gemacht, das wollte ich nicht. Ich wollte auch eigentlich hier auf den Dings wechseln. So, die kommunizieren jetzt miteinander. Die schicken sich hier alle Nachrichten. Machen wir mal einfach so hier. Der schickt dem was, der schickt das an den weiter. Der wiederum kriegt dann hier auch eine Info. Schickt das wiederum an den weiter und so. Die haben hier ihre Daten. Und jetzt gerade ist das quasi alles auf diesem Level. Man hat hier die Daten, aber es ist nicht Benutzer... Also es ist nicht nice. Es ist einfach nicht nice zu benutzen. Die Zukunft wird folgende sein. Jetzt gibt es einen zentralen Dienstleister. Der ist hier. Machen wir mal rot, weil zentral immer Gefahr. Der ist hier. Und der hat jetzt diese ganzen Daten, die hier auf den NOS verfügbar sind. Der wird wahrscheinlich auch eigene NOS betreiben. Und wir können uns jetzt hier als Endbenutzer mit diesem Server wiederum verbinden. Und der Server, der pusht uns zum Beispiel unseren Interessensfeed und so weiter und so fort. Die Daten liegen nicht bei ihm. Der hat auch keine Möglichkeit auszuwerten, wer wer ist. Was er alles, was er auswerten kann, ist festzustellen, oh, sind das Themen, die den mit seinen Interessensbereichen interessieren? Und dieser Dienstleister könnte für diese Serviceleistung einfach ein bisschen Geld verlangen. Hey, du willst in dieser Vielfalt von Informationen auf der Welt gut gefilterte Informationen haben? Ich bin der, der das kann. Jetzt sagen viele, oh, jetzt könnt ihr aber auch wieder sehr, wie das, was gerade auf Twitter passiert, seine Macht als zentraler Dienstleister ausspielen und eben dir immer die Daten reinspielen, die in das politische Sentiment passen und so weiter, ist richtig. Das Gute hierbei ist aber, ihr seid auf den nicht angewiesen. Es wird tausende andere geben, die das auch machen können. Hunderttausende. Es wird vielleicht sogar welche geben, die wieder von allen anderen die Daten wieder zusammenfassen. Die vielleicht sogar einfach sich zur Aufgabe machen, festzustellen, wer zensiert denn? Und vergleichen einfach die Daten mit den Realdaten. Ist das überhaupt richtig, was die erzählen? Die Sache ist die, Zentralisierung ist immer dann schlecht, wenn du darauf angewiesen bist. Wenn es eine Option bleibt, ist das halb so wild. Es ist halb so wild, weil dann kann man es nutzen. Und wenn das nur eine Option ist und du nicht darauf angewiesen bist, dann kann die Option auch ihre Macht gar nicht so einfach ausnutzen. Weil in dem Moment, wo sie das versuchen würde, wird das sofort auffallen und dann kannst du einfach wechseln. Du bist ja nicht darauf angewiesen. Wo willst du heute hin, wenn Twitter dir nicht gefällt? Ja, kannst Mastodon probieren und so. Da gibt es so viele Server, die auch schon wieder zensieren. Das ist nicht die Lösung. Das heißt, Nostra als Protokollkonzept ist die Zukunft. In der Form, wie es heute ist, auf gar keinen Fall. Das wird niemals massentauglich sein. Niemals. Das ist auch genau der Grund, warum Blocktrainer auf Nostra noch gar nicht vertreten ist. Wir sehen da im Moment noch keinen Nutzen. Es ist ein Experimentier-Netzwerk. Aber ich sehe da, in Zukunft bin ich ultra-Nostra-bullish. Nur da muss noch Entwicklung passieren. Das ist nichts für die breite Masse. Es ist was für Geeks, für Tech-Geeks. Und für die ist es geil. Und ein hammergeiler Weg in diese Richtung. Aber wir sind bei weitem noch nicht angekommen. Und ich glaube, dass am Ende Nostra als Protokoll bei vielen anderen Plattformen benutzt wird. Vielleicht mal bei sowas wie Starbacker. Shoutout hier an Egge und die Jungs. die dann so einen zentralen Service stellen, der auch weitestgehend sich versucht, dezentral aufzustellen. Aber eben genau bei dieser Datenerfassung dir ein Feed zusammenzustellen. So ein Protokoll nutzt. Das ist nun mal Open Source. Jeder kann es benutzen. Und von daher, ich bin absolut pro Nostra. Aber heute zu benutzen, eher notra. Eher nicht. Schlechter Wortwitz. Ich weiß. Aber ja, das ist meine Meinung dazu. Und dementsprechend geiles Projekt. Absolut unterstützenswert. Heute das zu nutzen. Viel Spaß dabei. Soll jeder gerne ausprobieren. Aber ist noch nicht an dem Punkt. Und vertut euch nicht. Also nur weil etwas dezentral ist, reicht das nicht. Wenn das der einzige Grund wäre, zum Beispiel um Privacy zu schützen, dann wäre nicht Bitcoin heute Bitcoin, sondern eins der vielen Versuche, die wir vorher hatten. Die sind aber alle gescheitert. Und warum? Weil keine dieser Versuche, die hatten zwar alle tolle Privatserienmöglichkeiten, keine dieser ganzen Netzwerke, die das versucht haben, was Bitcoin geschafft hat, hatte ausreichend ökonomischen Anreiz. Und hat Nostra in dem Sinne auch nicht. Es wird keine breite Masse geben, die sagt, oh ja, es ist viel privater, wir gehen dahin. Das ist nicht der Anreiz. Es muss technisch viel einfacher werden und später genutzt werden und die vorteilliche Dezentralität auf monetärer Sicht ausspielen. Das ist der große Trick am Ende. Und das wird meiner Meinung nach automatisch mit größerer Bitcoin-Adoption und der veränderten Wahrnehmung, Achtung, Low-Time-Preference, der Bitcoiner automatisch passieren. Früher oder später. Aber es ist ein Prozess. Und deswegen, ich hoffe, ihr versteht, dass ich das so differenziert darstelle. Es ist immer viele, nicht für alle, aber für einige Menschen, gerade in der heutigen Zeit, ist das leider so. Ich bringe immer so ein Beispiel, ich bringe immer so ein Extrembeispiel, die einfach Mist sind, weil sie zu extrem sind. Aber versteht ihr, meistens ist es so, es kommt ein Thema auf. Ist egal, welches das ist. Ob es der Ukraine-Krieg ist, Corona oder sonst was. Und dann gibt es immer zwei Lager. Dafür oder dagegen. Dazwischen wird gar nichts mehr wahrgenommen. Und wenn irgendwer was sagt wie, ja, ich glaube zwar, dass es Corona gibt, aber nein, ich finde das nicht gut, alle zum Impfen zu zwingen. Ich finde aber gut, dass es einen Impfstoff gibt für Menschen, die sich impfen wollen. Muss ja niemand. Wo ordnet man so eine Person ein? Der hat gesagt, es gibt Corona. Der hat aber gesagt, Impfen als Pflicht, nein. Ja, nein, vielleicht. Und dann, bevor die kollabieren, schieben die dich einfach in irgendein Lager, wo du gar nicht reingehörst. Weil du dich für keine der Seiten entschieden hast. Aber dann bist du begraben. Bei NOSTA ist es genau so ein Ding. Ich bin absolut pro NOSTA, aber die Zeit ist noch nicht gekommen. So einfach. Und es gab so viele Versuche, dezentrales YouTube aufzubauen und so weiter. Die technischen Hürden, die Probleme, die das mit sich bringt. Und alleine, dass du als Content Creator einfach nicht gesehen wirst. Bringt gar nichts. Solche Netzwerke haben teilweise die D-Live als Twitch-Alternative. Haben den größten Streamer der Welt. Wie heißt der? PewDiePie. Bezahlt auf seiner Plattform für Wochen, Monate zu streamen. Ist die Plattform noch da? Ja, vielleicht so viel. Es bringt nichts. Also das ist nicht der richtige Anreiz. Und das muss wirklich mit der Zeit immer besser werden, dass es sinnvoll ist, darauf zu wechseln. Es bringt nichts, einfach dort Content zu machen. Das bringt keinen Mehrwert. Es muss wirklich Anreize geben. Und die fehlen. Wie gesagt, es ist noch sehr jung. Es ist eine Entwicklung. Und das braucht Zeit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020